Hallo, ich bin Emil. Mein Hobby ist schwimmen. Mein Lieblingshaus ist Makar-Farks. Beide Makar-Farks sind das viele Wasserbücher. Dieser Makar-Fark ist im Olam. Sie können zum Aquapark mit dem Auto fahren. Ich gehe mit meiner Familie zum Aquapark. Ich gehe Aquapark einmal in drei Monaten. Im Aquapark, du kannst schwimmen und die Rutschen mit Wasserrutschen. Das ist die spannendste Rutsche in jedem Aquapark. Die Rutschen mit den sechs Monaten. Er wird mit einer Zwischenzeit. Er wird gegen dich im Olam. Das ist die Abwärtschicht. Bis zum nächsten Mal.